Du willst was bewegen und glaubst, du kannst die Welt verändern? Du verstehst, dass die Menschen Fakten brauchen, aber auch Geschichten und Emotionen wollen. Du behauptest, die richtigen Fragen zu stellen und hast keine Angst davor, die Wahrheit zu sagen? Ganz kaudelig. Du brennst für etwas und schaffst es, andere davon zu überzeugen. Du wirst voller Ideen und kannst dein großes Publikum begeistern. Du willst bei Audi arbeiten oder doch lieber für UNICEF. Du willst die Rede für einen Politiker schreiben oder die Instagram-Seite der Bäckerei im Ort managen. Dann trau dich. Joko ist MSC International. Rolex. FC Bayern München. Joko ist ZDF, Bild und Süddeutsche. Joko ist Erfahrung. Joko ist Forschung. Joko ist Neugier. Joko ist Veränderung. Joko ist Objektiv. Joko ist Subjektiv. Joko ist eine Idee. Joko ist fürs Image. Joko ist Zukunft und Vergangenheit. Joko ist Gegenwart. Meine Stadt. Mein Campus. Meine Crew. Meine Zukunft. Alles ist möglich. このai Fitness. Wir français. Die Luft Smile. Das ist praktisch. Jetzt geht's. tä Amanda.